Was saufen wir da jetzt? Zirben-Schnaps, wenn wir um die Zirben zopfen geben. Zirben-Schnaps aus dem Plastikdächer. So stellt man sich den Bauern vor. Wir Bergbewohner sind sehr naturverbunden und sind Mutter Natur sehr dankbar, dass man aus fast allen Schnaps machen kann. Auf den Bauern und den Popo. 1 zu 0 für den Bauern. 2 zu 0 für den Bauern.